Haben Sie Lust auf eine Reise rund um den Globus? Dann ist der Mai auf N24-Doku genau das Richtige für Sie. Wie wäre es mit einem Trip nach Jordanien? Die Felsenstadt Petra ist einmalig. Einem Wochenende in Rom? Kolossal, eine riesige Stadt. Sightseeing in New York. Und Dubai? Bis heute hat es niemand geschafft, noch höher zu bauen. Würde Ihnen eine exotische Zugreise gefallen? Mit dem Reunification Express quer durch Vietnam. Oder eine Kreuzfahrt im Nordatlantik? Von den Ferrierinseln nach Dänemark und Island. Sind Sie im Urlaub gerne aktiv? Wenn man da einen Fehler macht, kann es schlimm enden. Oder eher der Wellness- und Entspannungstyp? Das ist so dekadent. Bei uns ist für jeden etwas dabei. Fantastisch. In 31 Tagen um die Welt. Mit unseren Doku-Highlights im Mai. Ereindruckend. Es ist toll, so zu reisen.